Prinzessin Charlotte stiehlt allen die Show, als Königin Camilla ein Pop-up-Kunststudio besucht. Königin Camilla besuchte heute ein Gebäude, in dem Kunstateliers untergebracht sind, und es war ein ganz besonderes Kunstwerk, das ihre Aufmerksamkeit erregte. Königin Camilla feierte heute traditionelles Kunsthandwerk und lokale Künstler, als sie im Westen Londons einen Kunstpop-Abladen besuchte, in dem ein wunderschönes Gemälde ihrer Stiefenkelin, Prinzessin Charlotte, zu sehen war. Die Königin, die gestand, dass sie auf Empfehlung ihrer Tochter Laura Lopez das fantastische Pop-up-Zentrum Shepherds Bush der Kindred Studios besucht hatte, besichtigte die Arbeitsbereiche und traf eine vielseitige Mischung von Malern. Das musst du dir ansehen. Doch es war ein Gemälde ihrer Stiefenkelin, das die Aufmerksamkeit der Königin erregte. Camilla war fasziniert von Mercedes Carbonells Arbeit, die ihre Version eines Fotos erstellt hatte, das anlässlich Charlottes zweitem Geburtstag im Jahr 2017 veröffentlicht wurde. Der Künstler sagte, der Königin hat es sehr gut gefallen, ich denke, Charlotte sieht auf dem Foto wie Königin Elisabeth aus. Punkt Später soll Camilla gesagt haben, dass das Gemälde wunderschön sei. Punkt Zu den in der Eingangshalle ausgestellten Werken gehörten fantasievoll skurrile Stücke von Cordelia Plunkett, der Mutter von Camillas Stallmeister Major Oli Plunkett, der bei den Rifles dient. Plunkett verwendet Präparatorin, um Szenen aus der Populärkultur nachzubilden, und die Königin staunte über eine Nachbildung des berühmten Albumcovers der Beatles Abbey Road, bei der die Fab Four durch zwölf Zoll hohe Figuren mit Vogelköpfen ersetzt wurden. Hier sind Ringo und George, sagte Camilla, während sie das Werk durch die Glasvitrine betrachtete. Ein weiteres Stück war eine Nachbildung von Maybert der Künstlerin Tracy Amin, das die Königin kannte, komplett mit einem schlafenden Vogel unter einer Miniatur-Bettdecke und Ablagerungen auf dem Boden. Camilla war auch vom Restaurator Piran-Harte beeindruckt, dessen Atelier mit Holzprojekten vollgestopft war, und sagte, ich kann Ihnen ein paar Stücke schicken. Er wurde erzählt, wie er einen Burmesischen Holztron aus dem späten 19. Jahrhundert, der heute im British Museum ausgestellt ist, in Einzelteilen wieder zusammenbaute und antwortete, das muss eine Liebesarbeit gewesen sein. Punkt Es geschieht, als König Charles nach Sandringham zurückkehrte, nachdem er etwas mehr als 24 Stunden in seinem Londoner Haus, Clarence House, verbracht hatte. Es wird vermutet, dass Charles die Hauptstadt zu seiner letzten Krebsbehandlung besuchte, nachdem er letzte Woche seine Diagnose bekannt gegeben hatte. Camilla wird voraussichtlich in London bleiben, da sie am Donnerstag einen Empfang anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Poppy Factory veranstaltet.